Ah, herzlich willkommen zurück, beziehungsweise hallo weiterhin. Magica 2 steht unter keinem guten Stern. Mein Computer hat sich gerade gedacht, hey, gehe ich einfach mal in den Ruhemodus. Dementsprechend, falls ihr jetzt die ersten, weiß ich nicht, fünf Minuten sehen wollt, dann müsst ihr diese Folge bei Scouter angucken. Und den Rest natürlich wie immer bei mir. Stört mich auch nicht. Wir machen jetzt hier weiter, ist auch gar nichts Spannendes passiert eigentlich, da wir haben nur so ein paar Monster besiegt und so. War da oben jetzt eigentlich nichts? Ich weiß nicht, du hast gesagt, wir gehen hier lang. Habe ich? Ja. Ah fuck, ich hätte die Steuerung wirklich nicht umstellen sollen. Oh Gott. Ich bin tot. Ja, ich gehe da mal. Äh, vier. Feuer. Steinfeuer, Feuer. Steinfeuer, Feuer. Weh, 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 weh. Nein, 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 nein. Ah, wieso habe ich das getan? Äh, ich habe das Gefühl, das ist eine ganz blöde... Oh. ...Stelle. Da war ein Abrund. Ah, er hat uns da den gespann. Nein, jetzt geh halt. Du musst ihn jetzt von hinten angreifen. Ja, äh, das mache ich mit denen da. Auf die Mahlarbeit. Das mache ich halt auch nicht. Nein! Bin dir wieder runtergefallen. Nein! Beleib' ich. Ja, ja, ja. Was war das? Was war das? Leben, Leben, Blitz. Leertaste. Ist egal. Nein, das machst du denn. Ja, das ist jetzt halt... Jetzt, ich kenne mich... Wo bin ich denn? Ich... Okay. Sehr schön. Oh, Mann. Du musst es ja unbedingt der Steuer rumstellen. Ich muss... Ja, das liegt jetzt aber auch nicht da, Lahn. So, ich gehe jetzt mal da hoch. Ja, bitte. Willst du wissen, ob da noch was wäre? Ja, ein... Ah, da. Das ist doch bestimmt irgendein Zauber, oder? Das ist einfach mal gar nichts. Ja, warte mal. Äh? Oh Gott! Lebensstrahlen! Schießt Lebensstrahlen! Lebensstrahlen, nicht tot! Ich bin... Pssst! Heil mich! Nimm mich! Vier! Weißt du, wie scheiße das gerade war? Bei mir? Weil... Weil... Ich hatte einfach überhaupt keine Musik mehr, keine Soundeffekte. Und... Es war einfach gar nichts hier. Dieses Spiel ist so furchtbar. Das ist unfassbar. Irgendwas machst du falsch, auf jeden Fall. Das ist so furchtbar. Nicht mit Todesstrahlen angreifen. Das sind Untote. Die halt das. Mach mich lebendig. Mach mich lebendig. Ja, darf ich ja nicht. Du bist auch ein Untoter. Äh. Ah ja. Schädelstab. Na Gott sei Dank, wir haben den Stab dafür bekommen. Und zwei Errungenschaften. Ihr könnt nur hoffen, dass der Stab aus niemandem hergestellt wurde, den ihr kanntet. Unglaublicher Bonus zu Todesdaubern, unglaublich schlecht für Lebensdauber. Nice. Ich hab den eh schon. Nee, du hast nur einen Schnabeltierstab. Dann haben wir einen Schnabeltierstab. Ja, okay. Aber zumindest irgendwas haben wir gefunden. Nett. So, und jetzt kommt die Krabbe. Hey, ich hab das Gefühl, da kommt die Krabbe gleich raus. Lass mal hier oben hingehen. Ich glaub, das ist besser, wenn wir hier lang gehen. Dann haben wir mehr Platz. Wenn du an der vorbeikommst. Ja. Du nicht. Halt sie so. Ah! Verdammt. Jupp, jupp, jupp. Ah! Was steht hier? Ah! Geh, geh, geh. Stefan, geh. Lauf, Forrest. Lauf, Forrest. Lauf, oh. So, da sind die einfach tot umgefallen. Ich versuche mal an den... Nee, das klappt nicht. Hä? Ah, ich hatte Wasser. Surrender. Äh, äh, äh. Lauf, lauf, lauf. So, lauf, lauf. Lenk du ihn ab. Lenk du ihn ab. Ich lenke ihn ab. Mit meinem Leben. Ich bring ihn mal ein bisschen hier weg. Einer muss rauf gehen, einer runter. Ja. Das ist clever. Greifst du den Hinterteil an? Mach ich doch. Schneller! Ah! Na. Wieso will der mich haben? Au, du Idiot! Das bringt doch nichts. Hol mich wieder! Ja, mein Gott. Hat doch gereicht. Danke. Sehr gerne. Guck mal, ich lache sogar. Ich lache sogar. Ja, es passt dazu. Helfer, boah. Ich habe keine Ahnung, was ich hier drücke, ne? Man sieht's. Es geht schon, geht schon. Ja, passt. Also, wir sind Profis halt auch, ne? Auf jeden Fall. Wir sind beide am Leben, immerhin. Warte, warte. Ja, apropos Leben. Du solltest nicht immer die Umgebung heilen, sondern dir selbst. Ja. Ich komme mit der Steuerung nicht klar. Die ist kompliziert, ja? Wir haben jetzt fast nicht draufgefallen. Ich wollte gerade sagen, die kommen bestimmt jetzt. Achtung. Ja. Feuer. Achtung, Feuer! Liebe Wacker! Achtung, Feuer! Muss man auch immer hinter dir aufräumen. Au! 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 Achtung, da hat ein Flammenwerker. Ja, 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 ja. Mach mich lieber an die vier! Ich habe dich doch gedrückt. Habe ich dich gerade sogar... Ja, was? Aber ich habe ihn umgebracht. Glaube ich, irgendwie. Rissing. Ich habe mir Angst, dass wenn ich an so einem Abgrund den Zauber wirkt, dass der dann währenddessen über den Abgrund läuft. Ja, das habe ich auch. Das passiert mir nämlich an, laut. Huch! Hä? Okay, ich habe jetzt irgendwie Speed-Heilung gehabt. Geometrie! Was? Geometrie? Ja, gut, stand da jetzt vielleicht nicht, aber ich fand das ein tolles Wort. Oh Gott, vielleicht waren es auch Mathematik. Achtung, Bombe! Ja. Wow. Oh, nein! Ach, komm. Wacki! Hat ja gut funktioniert. Wie war nochmal die Rüstung? E-D, ne? Ja. Das nimmt dir mal an. Ich bin Gott sei Dank für dich im Plastop. Nein! Nein! Ich habe ihn! Feuer scheint ihm auch nicht zu gefallen. Wieso muss ich auch so schmackhaft sein? Weil du Spieler 1 bist. Ah, falsch, das hast du. Au. Fault, das ist nicht. Na? Au! Au! Boah, wie soll man das denn schaffen, wenn man alleine spielt? Kann man überhaupt alleine spielen? Klar. Wie soll man das denn schaffen? Easy. Wie paar großen Krabben. Können wir in den Längen? Nass machen. Au! Einfrieren. Äh, versuchen was? Mach du Wasser und ich mach Eis. Jetzt. Ne, aber verlangsam können wir hin. Ja. So, äh, wir könnten vielleicht wieder ein schwarzes Loch machen. Sehr gerne. Dann fangen wir so langsam bis wann. Machst du Leben? Warte, warte. Ich muss mich erstmal selber leben. Man darf kein A drücken, wenn man nass ist. Das ist ganz böse. Zum Verdrücken auch. Okay, äh, ich mach hier Leben. Ja, warte mal kurz. Ich mach hier noch langsam. Oder auch nicht? Und jetzt, 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 komm. Ja, das könnte sehr gut sein. Uh, uh, perfekt. Nochmal? Näh, ich glaub, das machen wir jetzt so. Komm. Oh. Ich möchte, dass das so aussieht, als ob ich ihn erlegt hab. Ach, verdammt. Nein. Ihr beide, beide. Super. Du hast ihn erledigt und mit dir genommen. Ja, ich hab mich geopfert, um dich zu retten. Wahre Freundschaft. Warte mal kurz. Surrender. Surrender. Da drüben ist dem was. Da drüben ist dem was. Kommt man da rum? Ja. Das ist ein Grabstein. Schritt nach links, nach rechts, nach links. Schritt zurück, nach vorn, zurück. Dreh, Dreh, Dreh. Rückwärtssalto. Neubrechstänge. Das ist meine, 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 das ist meine. Meins? Moins, moins. Geringer physischer Schaden, geringer Kälte Schaden. Na ja, okay. Also alles schlechter. Sehr gut. Das sind meine Waffen. Nur alles geringer. Ach. Hä? Also ich... Skata, du bist tot, ne? Ich war beim letzten Mal auf jeden Fall besser. Ja, du, äh, letztes Mal ist aber auch schon wieder lange her, ne? Ah, ich, ich komm mit den Makros einfach nicht klar, die ich mir gemacht hab. Ja. Oh Gott! Ich bin tot. Oh, habe viele, viele... Nein, warum drück ich denn immer Shift, Mann? Okay. Wieder tot, aber hab fast alle getötet. Irgendwie sterbe ich jedes Mal, wenn ich Gegner erledige. Sehr, sehr gut. Das sollte nicht zur Gewohnheit werden. Stopp, stopp, stopp! Bevor wir da reingehen, würde ich sagen, beenden wir hier die Folge. Ist aber cool. Nee, deine ist ja lang. Nee, deine ist lang. Oh Gott, deine ist so lang. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Magicka 2. Ich glaub, das wird nichts. Das wird nichts. Oh Mann, wenn wir dieses Spiel irgendwie lebendig überleben werden und halbwegs ordentlich durchspielen, dann könnt ihr uns einen Award-Gewinn verteilen. Wir stehen wie eine Errungenschaft. Ihr habt das irgendwie geschafft. Ja, tschüss. Sehr gut. Tschüss. Spannungsvolleier. Der hatte das einfach raus. Ich bin ein Beispiel. Ich bin mir nicht mehr. Das ist so. Vielen Dank.